Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich freue mich, Judy. Du hast einen sehr schönen Namen. Danke. Freue mich auch, Laura. Bitte. Woher kommst du? Ich komme aus Portuguesa, aus Venezuela. Und du? Woher kommst du? Ich komme von Teneriffa. Und wo wohnst du, Judy? Wohnst du hier aus Teneriffa? Ja, ich wohne aus Teneriffa, in Guanavista. Und du? Ich wohne in Nicotos Vinos. Und wie ist dein Adresse? Mein Adresse ist Cruz del Molino, Strasse Nummer 9. Und du? Wie ist dein Adresse? Mein Adresse ist Antonia Dinas Strasse, Nummer 27. Alles klar. Danke. Bitte, Laura. Wie ist dein Telefonnummer? Mein Telefonnummer ist 932 4.7 8.9 3. Und wie ist deine Telefonnummer? 9, 2, 2, 4, 5, 3, 8, 7, 1. Was machst du auf Teneriffa? Arbeitest du hier? Ja, ich arbeite als Comestikerin. Und wo bist du von Beruf? Ich bin Kinderärtscherin. Wie interessant. Wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre alt. Und du? Ich bin Swansea. Wann hast du Geburtstag? In April. Und du? Wach hast du Geburtstag? In April. Oh, so. Ein super. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Spanisch, Englisch und Deutsch. Und du? Ich spreche Spanisch, Englisch, Deutsch und ein bisschen Italienisch. Italienisch? Wow. Sag mal, Laura. Lässt du mit deiner Familie? Ja, ich liebe bei meiner Eltern und Brüder. Ich bin nicht verhaute und ich habe keine Kinder. Und du? Hast du Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Sie heißt auch Laura. Wie du? Und sie ist elf jatte alt. Oh, wie schön. Hast du auch Stiere? Ja, wir haben Anna und Woody. Und Julie, was sind deine Homie? Ich tanze gern. Und du? Ich tanze auch gerne. Entschuldigung, Laura. Es ist sehr spät. Ich muss leider schon gehen. Sehen wir uns morgen? Ja, Jürgen, das stimmt. Ich muss auch nach Hause. Bis morgen. Tschüss. Dann bis morgen. Tschüss, Julie. Mach's gut. Danke. So, dann noch. Danke. Danke. Tschüss. Vielen Dank.